Was ist die Ursache der häufigsten Krankheitsbilder? Was passiert bei fehlendem barfüßigem Kontakt zur Erde? Neben den UV-Strahlen interessiert mich besonders der Infrarotanteil der Sonnenstrahlung. Des Weiteren reduziert sich die Schumann-Frequenz sowie die Aufnahme von negativen Ionen, also drei der wichtigsten Gesundheitsfaktoren für Vitalität. Die Auswirkungen auf Körper und Seele sind verhebend. Körpertemperaturen von bis zu 1, 2 oder gar 3 Grad unter der optimalen Temperatur von fast 37 Grad sind erstaunlicherweise an allen chronischen und energiearmen Krankheitsbildern beteiligt. Die Ergebnisse meiner Forschung öffnete nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Medizinern die Augen. Auf der Suche nach einer Lösung stieß ich bereits 2008 auf die Amethyst-Infrarotmatte der Firma Ridgeway, die ich bis heute noch immer empfehle. Seit mehr als 25 Jahren ist diese Heilwärmematte bei Sportlern, Medizinern und anderen Heilberufen im täglichen Einsatz mit überzeugenden Ergebnissen. Zur Heilung und Vorbeugung, gebraucht von Spitzensportlern und Laien in Kliniken und Privatwohnungen auf der ganzen Welt, wir sprechen hier von ausgezeichneter Qualität, bester Verarbeitung, Langlebigkeit und damit auch Nachhaltigkeit. Diese Werte und Resultate haben mich schon vor 15 Jahren überzeugt und jedes Jahr freue ich mich mehr, besonders für die vielen Tausende von Menschen, denen ich mit meiner Empfehlung zu mehr Vitalität und Gesundheit verhelfen konnte. Über eine Million verkaufte Ridgeway-Infrarotmatten sprechen weltweit eine deutliche Sprache. Folgen Sie einfach den bedeutendsten Prinzipien der Heilkraft der Natur. Tief eindringendes Infrarot, negative Ionen, Erdmagnetfeld und Schumannfrequenz, sowie die Heilkraft der Amethystkristalle. Und denken Sie immer daran, Gesundheit sowie eine optimale Körpertemperatur sind Ihre wahre Natur.